Hallo ihr Lieben! Ähm, ja, ich war in Frankfurt heute, bin gerade erst zurückgekommen und ja, ich will euch mal die Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Ja, alles sitzt. Ähm, ich hab mir voll so... Ja, ich hab mir jetzt nicht so viel gekauft, so eher Ohrringe und so. Ähm, ja, dann wie immer halt dann so ein Gürtel. Okay, letztes Mal, wo ich in Frankfurt war, hab ich mir den auch gekauft. Ich find die einfach nur gut und bequem, die halten halt auch gut. Ähm, dann hab ich mir Ohrringe gekauft. Die sind halt so Gold, Glitzer, sind halt so Stecker. Dann in H&M hab ich mir, ähm, die Ohrringe hier gekauft. Da sind halt so Goldene, hier halt so Runde, Goldene und halt noch so Stecker dazu. Ähm, dann hab ich mir diesen kleinen Geldbeutel im H&M gekauft. Ja, weil, ich hab keinen, also ich hab schon einen, aber der ist irgendwie total hässlich und voll groß und der ist halt dann kleiner, kann man halt dann besser in eine kleine Tasche reinstecken. Dann, ähm, hab ich mir noch so Rundegröße. Ich hab hier welche, die sind aber etwas kleiner, die sind halt dann größer. Ja, und, ähm, da ich zum Geburtstag einen MP4-Player bekomme, ähm, hab ich mir dann schon mal so eine Tasche gekauft. Das ist ja eigentlich fürs Handy, aber ich hab mir das jetzt für meinen MP4-Player gekauft, ähm, wenn ich das halt dann mit den Kopfhörern reinlegen kann. Ja, und dann halt mit R. Ja, das war's. Sonst hab ich mir eigentlich nichts gekauft. Ähm, ja, war wie immer ganz gut. Ähm, jetzt kann ich mich nicht beschweren wegen wenig Zeit oder so. Ähm, Zeit hatten wir ja genug. Ähm, haben wir sogar die ganze Zeit irgendwie rumgechillt irgendwo in der Stadt gewesen. Ähm, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen sollten. Waren in vielen Geschäften. Ja, war schon cool. Ähm, am Ende dieses Videos werde ich euch dann noch ein paar andere Videos einfügen und noch ein paar Bilder, damit ihr sehen könnt, was wir so gemacht haben und wo ich so war. Ja, das war's. Tschüss. So geil, hallo? Haben kein Video. Aber nicht von hier. Hau mal hoch. Guck mal, da drüben geht's. Ey, die haben sogar Essen da drüben. Ich weiß, aber da ist nichts so Tolles. Leute, es gibt Mac. Das hab ich noch nicht gesehen. Nee, das sieht nur so aus. Da gibt's Erzählgut. Da kommt Wasser runter. Da kommt Wasser runter. Ich kann hier keinen Geld schreißen, oder so. Geil. Wasser. Das ist voll cool. Ich würde mich noch anfassen. Ich auch. Jetzt steht hier schon wieder so ein Reh. Ja. Oder was? Das ist kein Reh, das was ist ein Reh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020